Ja, ich bin tatsächlich auf die Idee gekommen, während ich auf der Couch gesessen habe und genau dieses Problem gehabt habe. So geht es mir oft. Ja, wir bauen einen Popcorn-Maker. Gegen einen Popcorn-Maker ist das Spannende, dass wir interdisziplinär unterwegs sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Themengebiete, die wir adressieren müssen. Das fängt an mit der Hardware, die wir prototypen auf einer Elektronik-Prototypen-Plattform. Das geht über Embedded Linux, wo wir mit Python unterwegs sind. Weiter über das Backend hin zu Mobile, wo wir zwei Applications bauen auf Flutter und Coddenative. Also sehr, sehr weit gespannt. Und das alles muss zusammenarbeiten. Und das ist nicht einfach. Das trainieren wir hier. Interdisziplinäres Arbeiten kann man nicht oft genug üben, tatsächlich. In der Regel liegt das Problem nicht in einer Disziplin, sondern in der Kommunikation zwischen den Disziplinen. Also die einzelnen Teams, die hier auftreten. Und genau das üben wir nebenbei und haben trotzdem noch Spaß. Das Schöne am Camp ist, dass jeder seinen Interessen viel stärker Gewicht geben kann und denen nachgehen kann. Das ist in einem Kundenprojekt natürlich nur bedingt so. Das heißt, wir arbeiten hier vor allem an den Themen, die uns interessieren. Und gucken, wie können wir die Lücken überbrücken oder ausblenden. Mich persönlich begeistert einfach diese Bandbreite, die wir hier haben. Jetzt haben wir hier fast 100 Leute in einem Raum an einem Thema. Und ich finde es total inspirierend, zu sehen, in welche verschiedenen Richtungen die Kollegen da auch experimentieren, neue Technologien ausprobieren. Und das ist natürlich etwas, was wir auch in die Projekte reintragen wollen. Für das Hinkriegen werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall methodisch sehr gut aufgestellt. Ich denke, wir kriegen es hin. Wir sind auf jeden Fall methodisch sehr gut aufgestellt. Wir sind auf jeden Fall methodisch sehr gut aufgestellt.